Ich lese mal was ein aus Nietzsches unzeitgemäße Betrachtungen. Ich glaube bemerkt zu haben, von welcher Seite aus der Ruf nach möglichster Erweiterung und Ausbreitung der Bildung am deutlichsten erschallt. Er schallt. Diese Erweiterung gehört unter die beliebten nationalökonomischen Dogmen der Gegenwart. Möglichst viel Erkenntnis und Bildung, daher möglichst viel Produktion und Bedürfnis, daher möglichst viel Glück. So lautet etwa die Formel. Hier haben wir den Nutzen als Ziel und Zweck der Bildung, noch genauer den Erwerb, den möglichst großen Geldgewinn. Die Bildung würde ungefähr von dieser Richtung aus definiert werden. Als die Einsicht, mit der man sich auf der Höhe seiner Zeit hält, mit der man alle Wege kennt, auf denen man am leichtesten Geld gemacht wird, mit der man alle Mittel beherrscht, durch die der Verkehr zwischen Menschen und Völkern geht. Die eigentliche Bildungsaufgabe wäre demnach, möglichst kurante Menschen zu bilden, in der Art dessen, was man an einer Münze kurant nennt. Je mehr es solche kurante Menschen gebe, umso glücklicher sei ein Volk. Und gerade das müsse die Absicht der modernen Bildungsindustrie sein, jeden so weit zu fördern, als es in seiner Natur liegt, kurant zu werden. Jeden derartig auszubilden, dass er von seinem Maß von Erkenntnis und Wissen das größtmögliche Maß von Glück und Gewinn hat. Ein jeder müsse sich selbst genau taxieren können. Er müsse wissen, wie viel er vom Leben zu fordern habe. Der Bund von Intelligenz und Besitz, den man nach diesen Anschauungen behauptet, gilt geradezu als eine sittliche Anforderung. Jede Bildung ist hier verhasst, die einsam macht. Die über Geld und Erwerb hinaus Ziele steckt, die viel Zeit verbraucht. Man pflegt wohl solche andere Bildungstendenzen als höheren Egoismus, als unsittlichen Bildungsepikurismus abzutun. Nach der hier geltenden Sittlichkeit wird freilich etwas Umgekehrtes verlangt, nämlich eine rasche Bildung, um schnell ein geldverdienendes Wesen werden zu können und doch eine so gründliche Bildung, um ein sehr viel Geldverdienendes Wesen werden zu können. Den Menschen wird nur so viel Kultur gestattet, als im Interesse des Erwerbs ist. Aber so viel wird auch von ihm gefordert. Kurz, die Menschheit hat einen notwendigen Anspruch auf Erdenglück, darum ist die Bildung notwendig. Aber auch nur darum. Und nun eine Passage Was ist jetzt mit strengem Auge betrachtet, der deutsche Unterricht auf dem Gymnasium. Also der Gymnasium als Bindeglied zwischen Schule und Hörerschule, die Universität. Dass so das Gymnasium diesem Bildungsweg verfehlt, den ich hier eher seelische Reife heißen tue, heißen tue. Ich will dir erst zuerst sagen, was er sein sollte. Von Natur spricht und schreibt jetzt jeder Mensch so schlecht und gemein seine deutsche Sprache, als es eben in einem Zeitalter des Zeitungsdeutsches möglich ist. Deshalb müsste der heranwachsende, edler begabte Jüngling mit Gewalt unter die Glasglocke des guten Geschmacks und der strengen sprachlichen Zucht gesetzt werden. Ist dies nicht möglich nun, so ziehe ich nächstens wieder vor, Lateinisch zu sprechen, weil ich mich einer so verhunzten und geschändeten Sprache schäme. Was für eine Aufgabe hätte eine höhere Bildungsanstalt in diesem Punkte, wenn ich gerade die Okturitativ und mit würdiger Strenge die sprachlich verwilderten Jünglinge zurechtzuleiten und ihnen zuzurufen, nehmt eure Sprache ernst. Wer es hier nicht zu dem Gefühl einer heiligen Pflicht bringt, in dem ist auch nicht einmal der Keim für eine höhere Bildung vorhanden. Hier kann sich zeigen, wie hoch oder wie gering ihr die Kunst schätzt und wie weit ihr verwandt mit der Kunst seid. Hier in der Begabung eurer Muttersprache. Erlangt ihr nicht so viel von euch, vor gewissen Worten und Wendungen unserer journalistischen Gewöhnung einem physischen Ekel zu empfinden, so gebt es nur auf, nach Bildung zu streben. Denn hier, in der allernächsten Nähe, in jedem Augenblicke eures Sprechens und Schreiben, habt ihr einen Prüfstein, wie schwer, wie ungeheuer jetzt die Aufgabe des Gebildeten ist und wie unwahrscheinlich es sein muss, dass viele von euch zur rechten Bildung kommen. Im Sinne einer solchen Anrede hätte der deutsche Lehrer am Gymnasium die Verpflichtung, auf tausende von Einzelheiten seiner Schüler aufmerksam zu machen und ihnen mit der ganzen Sicherheit eines guten Geschmacks den Gebrauch von solchen Worten geradezu zu verbieten, wie zum Beispiel von Beanspruchen, Vereinnahmen, einer Sache Rechnung tragen, die Initiative ergreifen, selbstverständlich und so weiter. Derselbe Lehrer würde ferner an unseren klassischen Autoren von Zeile zu Zeile zeigen müssen, wie sorgsam und streng jede Wendung zu nehmen ist, wenn man das rechte Kunstgefühl im Herzen und die volle Verständlichkeit alles dessen, was man schreibt, vor Augen hat. Er wird immer und immer wieder seine Schüler nötigen, denselben Gedanken noch einmal und noch besser auszudrücken und wird keine Grenze seiner Tätigkeit finden, bevor nicht die geringer Begabten in einen heiligen Schreck vor der Sprache die Begabten in einer edlen Begeisterung für dieselbe geraten sind. Amen.